... Wir haben jetzt den ausgedehenden Gabelstapler... ... den ähh... ... den nehmen wir jetzt mit. Nein, 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 nicht mal die Ladung! Was ist das denn für ein Schie? Warte. Wahrscheinlich mal aufstellen hier. Ja, aber die eine, die muss ich auch nochmal richtig hinlegen, ne? Kacke. Nee, Carsten, drück mal Y. ja noch mal auf und noch mal zu müssen müssen nach stampfen ja dann schiebt man diese durch die gegend ja wo geht zu jetzt ja natürlich dass gerade noch mal ja lad das dann noch mal auf kurz bitte oder kleine container aber du musst glaube ich ich glaube ich weiß woran das liegt du musst dir vorher den dingen gerade machen jetzt gerade nicht 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 zu nah ran fahren fahren noch mal ein stück zurück und jetzt machst du den anderen nach vorne ja genau so genau dann geht das nämlich auch nicht einmal klappe noch mal klappe und mann bisschen stampfen er wollen Prozent nicht einsteig sein sollte gesichert so ist gesichert aber mit so einem Karte stattdessen einfach so leid die einfach alle alle so weiter in der Nähe wenn du in dem Garten ich fahrt auf dem Gehweg die da ist auf jeden Fall erlaubt EWG ja bestimmt wenn wir in Straße wenn er keine Straßendinger hat, dann hat er zumindest mal Ding da zulassen Ding da, Ding da, Ding da Alter ich bin auf der Vorfahrtstraße du kleiner Dreck sagt so Passat du fährst auch weg ja also ich bin auf der Baustelle äh was schon für dich sind die Lichter und wo hier und wo hier war das passt gut weee hab ich ein Geld hier, das haben wir schon mal verzeihen Hui Garegapel so Carsten muss man mit Schmackes um die Kurve fahren und bremsen Carsten sagt man das nicht beläuftig auf der Baustelle er hat schon was müssen wir denn hin? Da sind das so russisch Roulette-Spiel immer ganz knapp an der zur Baustelle Carsten immer ganz knapp an der Ding da vorbei auch auf die plüten bleiben stehen ist das geil ist ein zopp überlegt gerade noch wo unsere baustelle ist diese stadt da draußen links jetzt haben wir den gaben stehen da sind es schon traurig ja ja was ist auch warte mal ich komme mit ich habe ich meine erste abladen die die wir uns alle die eisen im ersten schluss und nur noch ein paar Na? Kabelstapler-Party! Aber man sieht, wenn man so auf die... Ihr seid so krank, ey. Wenn man so auf die V-Kammer geht, dann geht man nach ganz oben, scrollt, dann sieht man noch oberhalb von dem Ding, wenn ich jetzt wieder nach unten fahre. Hoi, Gabelstapler-Party! Kann man einer kurz freimachen? Was? Wo oben oder unten rum? Oben rum reicht. Super, jetzt kann ich das Ding nicht hochnehmen? Aha. Ist zu schwer. Das war mir so klar. Ach scheiße, mein... Aha, er hat meinen Gabelstapler weggefendet. Immer wenn James die Klappe hält, ist er im Menü. Also, 95% des Let's Plays. Warum ist der James heute so ruhig? Warum ist der James heute so ruhig? Weil er beobachtet. Äh, beobachten. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass wir uns nicht anstrengen. Nee, kann ich nicht sagen. Ab und aber Gabelstapler-Party... Also, wenn sie ein Vollerseite haben, all... Jürgen, sicher kann ich das sagen. Warum? Na, er tut's nicht. Weil ich... Weil ich's kann. Man kann. Ja, gut. James kann. Wie lang dieser Arm da ausfahrbar ist, das hab ich meinen Ziegelteller getestet. Ja, ich kann ja damit gleich eine klatschen mit dem Arm. So, was ist denn das Nächste? Große Ziegelsteine tun, wär das Nächste. Das heißt, ich kann ja schon mal mit meinem Gabelstapler... Ja, wieder da hinfahren. Tu mal den anderen, äh... Tu mal den anderen da insichern. Hier, den da. Insichern den da mal. Und Ziegelsteine tun, dürfte das Rote sein eigentlich. Ja, der hier, der kippt das gleich einfach alles runter, weil das schneller geht. Ja, aber die haben auch verschiedene Absetzpunkte. Das ist das Problem. Dann nehm ich schon mal das, was frei, frei liegt. So. Mach den Baustellenbereich frei. Ja, ich bin frei. Ja, ich bin auch gerade weggespawnt worden. Und ich hab frei. Ja, viermal große Ziegelsteine tun. Ey, ganz... Oh, ich hab da das schon Fundament, guck mal. Cool. Fundament. Ja, diesmal musste man auch was dafür tun, fürs Fundament. Fundamental ist das, ja. Aber wo ist dieser Generator und das Scheißhaus hin? Ja, ist komisch, ne? Oh, ja, tags. Setz mal die Ziegelsteine wieder richtig hin. Ist das weg? Kio, ich kippe nicht alles um, hier. Ne, die waren schon umgekippt. Und ich nehme erst mal die, die richtig stehen in der Weg. Nicht zu weit nach hinten, James, sonst fliegt das wieder alles aus dem Bereich. Warte mal, ich mach mal später. Ich schließe in das Baustellenlinge. Ah, sehr gut, der James. Sehr schön, das ist geil, guck mal. Der ist ja ein Skiller hier. Muss das alles da rein? Nee. Ja. Echt? Ja, ich glaube nicht alles. Wir werden schon Roschie, die sind zwei Balken. Zementzäcke. Stimmt, der Zementzäcke und die Ziegelsteine. Hier sind noch ein paar Ziegelsteine. Deswegen, ich komme mit den Ziegelsteinen. Oh, ich wollte gar nicht F drücken. Achso, und dann müssen wir den Zementzack da noch, ne? Ja, so. Und die einmal die Ziegelsteine noch. Aber, aber, ich stehe jetzt an der Wand und meine Ziegelsteine halten. Hast du die gesichert? Ja, glaube ich, die gesichert. Benutze ich mal gerade, um hier wieder hochzukommen, ne? Oh, so ein Dreck ist. Oh, ja, super. Carsten, wir brauchen deinen Kran jetzt. No. Weil die Ziegelsteine stehen noch hier unten. Ja, pff. Ja, pff. Ja, pff. Also, pff. Wer hätte das geahnt? Aber, Herr Kassens, Kran ist hier unten drin noch. Da nehme ich doch schon mal die anderen Dinger hier mit. Dann machte ich das alle unnötig schwer. Ja, nee. Ich wollte nicht durch die Gegend fliegen. Ich wollte die einfach nur so abladen. Aber nein. Das ist trotzdem unnötig schwer. Warum? Weil er schiebt die mit dem LKW durch die Gegend. Ja, eben. Ja, nee. Ich hätte ihn das mitgenommen. Du, lass mich mal den, 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 den tollen... Wie war das noch? Wir wollen das ein bisschen ernsthafter spielen. Das ist halt ein Klappen, gesagt. Ja, die sind doch ganz draußen, ihr Arsch. Ja, tagt jeder mal weg. So. Ey, der Kerl ist ein Künstler mit dem LKW. Ohne Scheiß. Guck mal, wie er hier wieder die rollt. Ja, einfach durch die Gegend schubsen. Ja, aber hast du noch so geile Tricks bei dir. So Tricks hat er. Ja, Tag, stell mal die Rohre hier vorne hin. Jawohl. Ähm, ich will nicht einsteigen. Jo, dö, 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 dö. So, ja, wenn du hier einmal aus... Also, ich weise dich mal ein. Noch ein Stückchen weg, äh, links, ja, weiter, weiter, weiter. Ja, ja, los, halt. Noch ein Stückchen, die andere, nur ein bisschen ausfahren. Ja, ja, los. Guck mal, der drei Bewegung auf einmal ist das nicht geil. Dafür ist es gut, schon kann zu haben. So, was brauchen wir noch? Demenzsäcke. Ja, wir brauchen aber noch eine Lade im Ziegel. Ja, die, die da unten drin liegt. Ja, die hat den K. Ja, die blauen Leib sind gerade auf dem Weg. Also, ich lasse das hier schon mal mit dem Gabelstapler machen. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Lass das mal den Papa machen. 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 die wie glaube ich das soll dann aber auch das war aber wenn man noch nicht ist es wird sie sind es auch nicht nur ein Wettbewerb das soll da glaube ich auch nicht weiter doch es ist die erste ist ein Bauarbeiterinnen und der Hammer aus dem Frühstück fällt dann sagt er dass das jetzt nicht passieren soll ja ich muss erstmal abladen, mach den Baustellenbereich frei Fritz und Wagen mit Kran Harst Turgin Du musst den Baustellenbereich frei machen Achso Ja was ist seine nächste Aufgabe? Ich hab die Ladung gesichert The Pritz und Wagen mit Kran Ja gut, wenn der Karster eh noch den Kran einfährt, dann kann ich da hinten noch ein bisschen rumschubsen Kürschubsen 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 Oh, schön Der Karsten rettet die Ladung Der Karsten rettet die Ladung Der Karsten rettet die Ladung Nee, der James kann oder andere da noch schubsen Oh, James James Nitz, alles okay Du hinst nun schon Oh, guck mal, Abschnitt abgeschlossen Oh, guck mal, ja schon, ist halber Haus fertig, wusste das schon Guck, der soll da nämlich auch rein Das Geile ist, dass das in dem Moment, wo ich gerade am Abladen war So, mach mal einer frei da Den Gerät Und dann kann der, 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 Jaja das mal mit dem Gabelstapler machen Ja, ich hole mal das von da hinten Oh, jetzt muss ich wieder die Scheiße auswarnieren Kann ich das mal mit dem Kran probieren? Ja Würdest du das nicht machen? Jürgen, das möchtest du nicht Der Karsten kann das hier nicht Oh, nein! Alter, wo bin ich? Hast du genug? Ich bin zwischen Wand und... Ah, ich komm hier nicht mehr raus Ich bin hier raus, ich bin hier raus Ich bin hier raus, ich bin hier raus Na, oh Gott Ja, dann lass dich zurück sein Ich bin schon draußen Ich bin ja ein kräftiger, weißer Ja, ein kräftiger junger Mann hier Ey! Ah, das muss ich das also runter und dann... Au, mein Fuß! Aua, aua, aua! Gibt es noch irgendwas, was musst du da noch alles rein? Was gibt es? Das, was hier hinten noch liegen Das ist eine Plankamera Wo denn hier hinten? Hier hinten liegt noch was Wo hin? Ich muss nur gucken, dass du den gelben Kreis da drüber buxiert, bis der grün wird Da so grün wird Ah, der grüne Kreis bis der grün wird Ach, das komische Ding da Boah, ich krieg hier die ganze Scheiße ins Gesicht Kann das mal jemand aufstellen? Die da, genau Ey, immer weg Ja, toll Sitzig im LKW Ja, das geht das gleich Und der Bärchen So Ja, genau That exactly was Ich bleib hier stehen Ich bleib hier stehen Nene, nene, nene Lass ich dir denn auf den Kopf fallen? Ja, mach mal Hahaha Ach, Carsten Hahahaha 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 Mach die bitte Hahaha Hahahaha Warte, ich stell mich mal drunter Hahahaha Hahahaha Da gab es statt, man kann das Hahahaha Hahahaha Du, Bodo Hahahaha Danke Bitte So, jetzt müssen wir mal gucken, dass da da irgendwie reinkommen Fahrzeuglieferung beauftragen Keine Fahrzeuge verfügbar Aha Ähm, ich glaube Was macht ihr da? Ja Ich graße das Ich glaube das wird schwierig Jetzt gerade Kran Wir brauchen mal den Kran Ähm Wie wärs? Nun ja, der Kran Und dann Nicht der Loop Methode Nee, nicht der Gabelstapler, den Kran Was denn? Ich hab den Kran richtig eingefahren. Ach da, ach so. Das ist Herr Josch. So. Wollen wir mal kurz konzentrieren hier. Ganz schwere Arbeit hier Gabelstapler. Wollen wir mal ganz kurz... Konzentrierte Ruhe. Konzentrierte Ruhe. Bitte einmal ganz kurz. Bitte einmal hier. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Alter, es kommt von allen Seiten hier. Wuaah! Josch. Das Ding zumindest gesichert, nein, ist es nicht Kackteile, ey. Mann. Ich hab dir nicht draufgeworfen. So, geht immer, alle. Wir haben gesichert, ja, fickt euch doch. Ach, Manu, ich wollte jetzt gerade mit dem K. Hey, ich bin Hulk, du kommst hier nicht vorbei. Fertig, da mal. Irgendwie.